Gestern haben wir Grill, ich habe acht Weißbier gehabt, fünf Schnaps, weil der Hans immer mit seinen Scheiß mit dem Schnaps, acht Weißbier, vier Kotelette, zwei Maiskolben, zwei Schnitzel und Banane. Und jetzt ist mir schlecht wegen dieser Scheiß-Banane, wenn ich nicht, Scheiß-Banane da. Und nächstes Mal lasse ich die Banane weg, mit der war irgendwas, da war irgendwas mit der Banane. Was weiß ich, wie alt das die schon war. Wachstum 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 Wachstum